Hallo, mein Name ist Timo Spanowicz und ich sage herzlich willkommen in der Praxisklinik am Rosengarten. Wir behandeln unsere Patienten an mehreren Standorten, unter anderem in Hamburg, in Köln, in Bergisch Gladbach und in Frankfurt. Und in diesem Video wollen wir euch ein paar Einblicke in unsere Arbeit geben. Bei uns auf dem YouTube-Kanal findet ihr viele coole Formate, beispielsweise unseren Faktencheck zum Thema Operation und Schönheitsbehandlung. Wollt ihr wissen, was unsere Patienten über uns sagen, dann schaut die Erfahrungsberichte unserer Patienten an. Und natürlich gibt es immer wieder spannende Einblicke in Behind the Scenes. An unseren vier Standorten behandeln sie insgesamt sieben Fachärztinnen und Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie und außerdem natürlich unsere wundervollen 30 Mitarbeiter. Musik 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 Musik